Das hat noch keiner versucht. Wie heißt das Ziel? Willst du mal wieder nach Vegas? Du willst ein Casino ausräumen. Drei Casinos? Vegas, ja? Vegas? Vegas. Fantastisch. Dieser Raub ist unmöglich. Casinosicherheitssysteme kann niemand überwinden. Ihr habt sie nicht alle. So ist es. Du hast doch was vor, Danny. Sag schon. Du machst deinen Job, oder? Du bist ein Dieb und ein Lügner. Ich hab dir nur vorgelogen, ich wäre kein Dieb. Ihr braucht ein Team, das genauso irre ist wie ihr. An wen habt ihr gedacht? Reinspringen und abgreifen, ja? Es ist ein wenig kompliziert. Sagen wir, wir kommen mit dem Fahrstuhl runter, den wir nicht bewegen können. Vorbei an den Wachleuten mit den Waffen. In den Tresorraum, den wir nicht aufkriegen. Und dann marschieren wir einfach raus mit 150 Millionen Dollar in der Hand. Ja. Oh. Aber diese Jungs. Das ist das Allerschärfste, was ich jemals gesehen habe. Sind verrückt genug. Du brauchst ein Dutzend Leute, die eine Menge Jobs durchziehen. Versteht das irgendeiner? Ich erklär's später. Für den Coup. Hat jemand einen Arzt gerufen? Des Jahrhunderts. Fertig. 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 Worauf wartest du? Hast du die Batterien gecheckt? Gratuliere, Sie sind ein toter Mann. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt und Julia Roberts. Wieso dieser Job? Wieso nicht? Vom Oscar-Preisträger und Regisseur von Traffic und Erin Brockovich. Weil das Haus dich ausnimmt. Es sei denn, du setzt alles auf einen spitzen Platz. Dann nimmst du das Haus aus. Die Ansprache hast du vorher geübt, oder? Ein bisschen war das zu schnell. Ich war zu schnell, oder? Ich kam echt klasse. Oceans 11. Sag ja oder nein. Ich bin dabei. Ich bin dabei.